Trinity kann von mir aus in diesem Dschungel verrotten. Und was den paititianischen Herrscher betrifft, nicht einmal er kann wirklich begreifen, was diese Schatulle ist. Ich jedoch tue es. Und ich weiß, sie sollte nicht von irgendjemandem benutzt werden. Das wäre eine Katastrophe. Nur die Reinsten unter uns sollten darüber entscheiden, wie die Macht der Schatulle genutzt wird. Deshalb muss ich sie verstecken. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott! Schst! Hier kriegen sie, Sir. Zeigt mir Ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Broke out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an! Ziehen wir es durch. Diesmal kann sie nicht gewinnen. Verdammt! Schlangengift vielleicht. Ach, Scheiße! Was ist passiert? Was ist passiert? Ich wollte das hier sein. Was ist passiert. Es muss gleich hier sein. Uh! Du siehst gar nicht gut aus. Heizige Scheiße! Was geht hier vor? Oh mein Gott! Was ist hier vor? Wie ist das passiert? Was geht hier vor? Was geht hier vor? Was geht hier vor? Feuer einstellen! Position überprüfen! Ich sollte den Vortosten informieren. Soll ich meine Waffe ablegen? Würde sie das wissen? Ich komme bis! Scheiße! Keine Chance! Hört sie wieder! Was ist das? Geht durch! Was zum... Aufpassen! Das Feuer ist! Ich glaube sie ist abgehauen! Sie muss in der Nähe sein! Sie muss in der Nähe sein! Geht durch! Feindkommission! Ha! Das wird dich raustreiben! Jetzt gibt es... ...und zwei! Du kannst genauso gut aufgeben! ...und zwei! Ah! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie können feuern. Verstanden. Rakete kommt. Bist du, Borg? Heilige Scheiße! Sie ist nicht tot. Ich wiederhole es. Ich werde dich finden. Wir müssen zielen. Bewegung. Go! Ruhig bleiben. Bringen wir es zu Ende. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Rourke. Du bist sowas von tot. Rourke hier. Ich wurde nach Cairn zurückbeordert. Quintus, Croft gehört Ihnen. Rourke! Raus damit hier! Basislager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgedeckt. Jesus Christus, wir müssen sie aufhalten. Hier ist Cardinal 2. Bin getroffen. Wechsel die Position. Das ist dein Ende. Was? Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Du kannst dich nicht verstellen. Du kannst dich nicht verstellen. Du kannst dich nicht verstellen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, alles okay? Ich mach alles nur schlimmer, Joan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Anweis, Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? So was wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt es einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Ich würde es nicht mehr tun tun. Das ist sie, die Kirche von San Juan. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Meine Freundin Sarah ist Archaeologin. Ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Die Leute suchen seit Jahrhunderten danach. Du seid denn hier so unten? Ach ja? Schon mal was von meiner Schale gibt. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Ich bin froh, dass Neu er wirklich ist. Ich bin froh, dass Sie auf einmal sind. Ich bin froh ... Ich bin froh. Die Tinte ist weitgehend verblasst. Es ist schwierig, noch etwas zu entziffern. Wild, abscheulich, verrat. Außerdem ist das kein Pergament, dafür ist es zu dick. Es könnte Tierhaut sein. Oder vielleicht Menschenhaut? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles voll. UNTERTITELUNG Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Er findet so leicht Freunde. Ich wäre vermutlich zur Mission gelaufen. Aber Jonah, er fragt Abby einfach, ob sie uns herbringt, und sie sagt ja. Ich hoffe, wir sind am richtigen Ort und finden die Schatulle vor Trinity. Das Erdbeben hat letzte Nacht die Jyllandlage getroffen. Und jetzt ist da ein Vulkan. Riecht doch die nächste Katastrophe aus. Wir müssen das alles beenden, bevor diese Stadt wie Kosomel endet. Aber pirate comments mit uns zurück. Ich hoffe, wir müssen uns helfen und die woods beenden. Wir sehen uns bei der Träume queue. Dass wir ihn schlagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist eine Gruppe christlicher Singles, die Pilgerstätten besucht. Dieses offizielle Dokument wurde erst kürzlich vom Heiligen Stuhl herausgegeben. Angesichts der erheblichen Schäden, die die Mission durch ein ungewöhnlich heftiges und gänzlich unerwartetes vulkanisches Beben davongetragen hat, wurden Anfragen an jede spanisch sprechende Diözese geschickt, in denen sie gebeten werden, Missionare zu entsenden, um diese heilige Stätte wieder aufzubauen. Du hast einen tollen Bogen, bist du Jägerin? Die Mission? Die Mission könnte eine brauchen. Seit kurz vor dem Erdbeben suchen uns Wölfe heim. Ich kann die Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Erst gestern habe ich den da auf der Straße gesehen, wie er einem Wolf nachlief. Unglaublich, was? Er sagte, er wollte nur spielen. Er glaubte wohl, Wölfe wären zahm und würden Stöckchen zurückbringen. Dieses Dokument ist in der Nähe von Stöckchen. Stöckchen beschreibt die Gründung der Mission. Es gab damals vier Sonnenfinsternisse in der Region. 1521, 1538, 1539 und 1543. Spanische Missionare berichteten, dass während jeder Finsternis eine Vision des Apostels Johannes an genau dieser Stelle erschienen war. Ihm zu ehren wurde dort 1544 die Mission des heiligen Johannes erbaut. Ein paar der Kinder sind so überdreht. Ich brauche eine Pause. Verrat's nicht den Schwestern. Ich könnte manchmal auch was Spirituelles vertragen. Aber die Mission erlaubt keinen Alkohol. Also muss ich meine wenigen Momente der Ruhe nutzen. Du gestattest? Und dann muss ich meine wenigen Momente der Ruhe nutzen. 30. Dezember 1603. Lopez kehrte heute aus einem nahegelegenen Dorf zurück, begleitet von einer Gruppe, von der er sagt, sie würde ihm folgen und uns beim Bau unterstützen. Irgendwas an seinem Verhalten war merkwürdig. Ich führte es auf die lange Reise durch den Dschungel zurück, doch noch in dieser Nacht eröffnete er mir, was ihn wirklich beschäftigte. Sie haben mich verfolgt, flüsterte er. Die anderen. Dann ging er fort und ich verbrachte eine schlaflose Nacht damit, über sein Abgleiten in den Wahnsinn nachzudenken. Tangenten Tangenten Es scheint, als würde Gott uns alle paar Jahre eine Katastrophe schicken. Ich sehe, das Erdbeben hat große Schäden verursacht. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen nur Zeit und Materialien. Leider ist eins davon ein wenig knapp. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017